Düsseldorf Flughafen im Sommer des Jahres 2009 Herzlich willkommen im Cockpit unseres Hubschraubers eines AS350 B2 Typ Eichhörnchen zu einem wunderbaren Panoramaflug rein aufwärts. Unsere Route führt von Düsseldorf über Köln, Bonn und Koblenz durch das Welterbe Mittelrheintal, vorbei an Loreley und Pfalz bei Kaub bis nach Wiesbaden und Mainz. Mein Name ist Werner Schäfke. Ich werde versuchen, Ihnen die Sehenswürdigkeiten, die unser Kameramann Klaus-Jürgen Stuhl unter dem Hubschrauber mit seiner frei schwenkbaren 360-Grad-HD-Kamera für Sie einfängt, mit Informationen und Anekdoten noch ein wenig näher zu bringen. Fliegen wird uns Kapitän Andi Hennig. Die Filmbilder hier aus dem Cockpit stammen von Hermann Reindorf, zugleich unser Regisseur und Initiator dieses Projektes. Die Filmbilder hier aus dem Hubschrauber mit der Schauspieler auf den Hubschraubern und die Schauspieler auf den Hubschraubern und die Schauspieler auf dem Hubschraubern. Die Filmbilder hier aus dem Hubschraubern und die Schauspieler auf dem Hubschraubern. Die Filmbilder hier aus dem Hubschraubern und die Schauspieler auf dem Hubschraubern. Die Filmbilder hier aus dem Hubschraubern und die Schauspieler auf dem Hubschraubern und die Schauspieler auf dem Hubschraubern. Die Filmbilder hier aus dem Hubschraubern. Die Filmbilder hier aus dem Hubschraubern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.